hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und heute geht es mal wieder um meinen server ist das erste jahr im jahr 2018 ich hoffe ihr hattet alle einen guten rutsch also mein server das comeback oder so ähnlich momentan ist geschlossen ich bin hier ohne deshalb kann ich jetzt drauf gehen ich werde euch das ganze aber einfach nur erklären kurz so also ihr seht hier oben ich bin da fehlt noch eins ich kann euch nicht wieder nicht schreiben also auf diesem server findet ihr meine stadt also viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sehen so viel mehr gibt es nicht zu sehen ihr könnt hier in adventure die ganze stadt erkunden und wenn wir hier rüber gehen hier ist konsole kann ich starten kann ich halt hier die konsole hier gibt es noch source appearance hier ist die ip dann machen wir hier mal gleich die ip haben wir schon gesehen vorher ganz kurz ich werde sie in die video beschreibung schreiben und jetzt auch hier einblenden genau viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen kann er bitte mal einloggen also es kann sein dass ihr auf einen anderen server kommt es kann sein dass ihr auf einen anderen server kommt das würde dann daran liegen dass der server geschlossen ist wenn ihr das erste mal drauf geht auf den server müsstet ihr hier spawnen wir kommen dann müsst ihr halt in den chat schreiben bitte teleportieren oder sowas ähnliches dann kann ich euch in die stadt teleportieren und ihr könnt es einfach angucken hier haben wir regeln und social media können wir gerne folgen und ja also das war es eigentlich wenn ihr irgendwelche fragen habt schreibt sie als kommentare unten in die kommentare schreibt die als kommentare in die kommentare was zum teufel schreibt sie in die kommentare oder wenn ihr auf meine discord server seit da gibt es ein schreibt channel vom server da könnt ihr das zeug auch einschreiben ok gut dann war es das von diesem kleinen video wenn es euch gefallen hat lassen leiten oder wo darf was ihr in die hand habt und dann sehen wir uns im nächsten video wieder tschau tschau und 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 Vielen Dank.